so ach komm ne, das können wir uns spät immer noch holen aber zumindestens weiß ich jetzt dass wir hier mal aufladen müssen und zwar mit dem Ton-Jungen nein nach draußen wollte ich nicht so mein freund in den draus füllen was machen wir denn ich kann echt nicht gerade nicht anwenden das ist natürlich ein bisschen hier können wir noch aufladen auch die kümmerle die platten nicht verwenden schade eigentlich hat er pech oder eher ich wo ist denn das ding zum speichern da ist es sollte man nicht vergessen gut sehr gut jetzt gucken wir mal ob wir drüben reinkommen bin gespannt ich hoffe ich tue mich jetzt vor dem urlaub nicht noch mürderisch erkälten oder mindestens erkranken das wäre nicht gut ich fühle mich gerade mindestens in der nase so man hört es bestimmt noch ein bisschen denke ich mal das darf jetzt nicht passieren sonst kriege ich eine krise nachdenken gut wie immer läuft an einem blöden eingang 20 mal vorbei Entschuldigung, ich habe auch noch einen. Guten Tag. Was haben wir hier? Hm, nicht schlecht. Kommen wir hier rein oder nicht? Nein. Typisch. Und mein Inventor ist schön. Stimmt ja, da war ja was. Krankenstation, was haben wir hier? Schild auf Maximum. Na gut. Dann fliegen wir mal weiter. Mein Schiff hat irgendwie hier hinten abgestellt. Da müssen wir mal hin. So. Äh, ach ja. So. Irgendwie bin ich halt ein bisschen müde. Mann, Mann, Mann. So. Dann sind wir hier. So. 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 das ist ja mein so ein beton im vorwenden und hier irgendwo ich muss im weg ist in der fläche ich möchte jetzt ganz gut überblickung den bauern aber ich eben schade schade so was haben wir schönes covax hat sich verbessert das klingt gut hier hinten haben wir was zum speichern wir lassen uns mal hier reingehen guten tag und gucken ob wir hier irgendwo reinkommen v2 es geht ja bis v3 das ist das schlimme ich habe nur v1 v2 benötigt schade eigentlich ich dachte das ändert sich mal so durchverwenden 5 3 3 6 3 3 6 5 3 6 5 3 6 5 3 6 5 3 3 was hier oben ich habe eine unendliche leere in der neue welt entdeckt ok ich bin schon mal gespannt da hinten dann geht es irgendwie kommt man ja mal raus und in spaßepunkt Der war irgendwo hier hinten. Da ist er. Ach du schon wieder hier. Macht mich richtig wahnsinnig hier. Zumindest bin ich genau neben so einen Wissensstein. Okay, orbital haben wir gelernt. Das ist sehr schön. Ich bin wieder Meilenweite von den Dingen entfernt. Och, weggerannt. Das macht mich wahnsinnig. Ach ja. Irgendwie bin ich ja wieder recht müde. So. Du weißt, wüste entdeckt. Seht was? Man kann so viel erreichen. Finde ich gut. Und? Ich habe sogar Licht. Hat nicht jeder. Dann wollen wir mal weiter. In diese Richtung. Jetzt will ich nur helfen, wenn ich jetzt nicht drauf fliege. Dass ich zumindest auch die Sachen einhole hier. Mal wird die Zeit weniger. Mal wird es wieder mehr. Und man kann so schön hier unten die Sachen beobachten. Ich besetze jetzt auch noch jede andere Kapsel. Die suche ich definitiv noch. Also zwei Kapseln brauche ich noch. Und dann habe ich zumindest die Plätze dann auch noch freigeschalten. Aber ich denke, man kann noch viel, 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 viel mehr freischalten. Ich bin jetzt wieder auf den Burmen gelandet. Wie im letzten Mal. Letzten Male. Das war ja schlimm. Jedes Mal auf den Burmen gelandet. Ich bin jetzt wieder auf den Burmen gelandet. Dafür sind die Teile immer ganz praktisch. Vergangenheit. Das ist ja auch nur da, um die Sprache sozusagen zu lernen. Und man lernt immer nur ein Wort. Und ich weiß nicht, warum man dann damit fertig ist. Ist aber egal. Das werden wir irgendwie noch rauskriegen. Die Schammer sind schon angewandt. Dann können wir jetzt zurück zum Schiff gehen. Gucken wir mal hier. Mensch. Man sieht, ob wir hier oben vom fliegenden Himmel aus irgendwo was finden. Da können wir noch Platon nochmal einsetzen. Und zwar das hier. Und dann kommt man hier drüben. Oder einen freien Platz. Das klingt gut. Hier unten blinkt irgendwas. Nee, dich nehmen wir nicht mit. Aber wer nimmt das hier mit? Aber hier hat das auf den Burmen. Auf den Pilz. Oh mein Augen. Ach, du blödes Ding hier. So, dann werden wir mal so ein Überbruchungsding basteln. Und dann suchen wir mal nach dem nächsten... Die sind recht praktisch. Denn dort finden wir, wie gesagt, die ganzen Plätze. Ähm, auch schon wieder. Du blödes Vieh, du magst mich aber ganz dolle, oder? Wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Der Meter wollte ich das Ding hier, oder? Ziel erreicht. Na, vielen Dank. Da hätte ich mir das Ding auch selbst sparen können. So, aber ich könnte mal ne Schokolade essen. Ah, das ist gut. Na voll mit Schokolade. Die haben wir ja auch noch. So, also nicht wunderschön, YouTube. Wenn es nebenbei ein bisschen raschelt jetzt so. Ich esse abends immer Schokolade. Zumindest in kurzen Fällen. Bezählst du doch keine Schokolade? Das macht glücklich. So, dann lasse ich nur mal schmecken. Hmm, lecker.